ja die spitze ist auch bald alle ja dann sollte ich mir was neues bauen denn ohne werkzeug ist das ganz schön doof und da ist ein diamant guck mal da vielleicht war es der den ich und da auch noch ja vielleicht waren es ja doch das waren die ich erinnere mich ja jetzt leider nicht so viele aber besser als gar nichts so ich brauche jetzt holz habe ich was mit er hat die leiter ich sehe hier keinen baum kann da vorne da muss ich erst mal hingelangen und was jetzt wieder hell mensch der mond steht gerade ganz hoch also die nacht ist gerade zur hälfte vorbei haben wir denn da drüben irgendwie bäume da kommt eine spinne an haben wir denn hier jetzt irgendwie holz hier geht es nach unten und ich falle nur wieder ins wasser was ich jetzt war gut ist der hat ordentlich schaden gemacht bei mir aber ich bin noch hier oben er hat kohle freigelegt na gut wo was ist denn das hier da ist ja ein da ist eine kleine höhle und da mal rothstein und unterleucht hat heißt die fackel aber da war ich schon mal also es geht hier wieder hoch okay ich will jetzt hier keine fackel hinstellen ihr seht wahrscheinlich jetzt kaum was aber ich auch nicht und ich will jetzt die fackeln ein bisschen sparen ich habe nur noch ein halbes bündel davon ich bin auch jetzt holz wo haben wir denn jetzt holz da drüben da drüben ist ein baum also wir müssen jetzt irgendwie darüber gelangen ich muss werkzeug bauen können das geht doch hier so oder war der zombie fällt runter soll er mal du musst jetzt erstmal weg hier zombie okay ich setze mal eine fackel hin denn wie ihr seht es ist hier das bringt nichts es geht hier ziemlich steil nach unten und das will ich vermeiden ich will vermeiden dass ich da runterfalle okay hühnchen da ist der baum so okay was haben wir denn hier noch so alles da sehe ich einen diamanten in der dunkelheit ein skelett und den baum am abgerund okay wir machen jetzt mal ein bisschen holz ich muss mir auch erst noch eine werkbank bauen das ist ja auch noch nie im moment für die stöcke ja für die stöcke nicht aber für für das werkzeug dann hallo licht so okay jetzt baue ich mir eine werkbank bretter ja ich kümmere mich ja schon um dich so mensch da will man was machen und dann wird man schon wieder gestört habe ich jetzt meine ruhe hier ja sieht so aus also noch mal werkbank so so werkbank das kommand an werkbank okay und jetzt brauche ich stöckchen ich bin schon wieder genervt so jetzt hatten wir die werkbank kaputt gemacht und ich habe keine mehr ja das ist eben das problem ist hier noch ein baum ich pflanze mal die die setzlinge an die setzlinge mensch hier noch einer und da noch einen und dann auch da vorne mal hier so haben wir knochenmehl noch nicht aber gleich so zack so da haben wir wieder holz und ich muss was essen und ich muss auch wieder zurück also noch bevor das essen ausgeht ja aber noch noch geht es ja da ich sehe den krieger da vorne wo ist er denn da hinten schleicht herum er verschwindet da in der dunkelheit ich will hier lieber im licht bleiben ich setze mal die werkbank dahin die ich noch gar nicht habe moment na jetzt fängt es auch noch an zu regnen so und ach endlich so eine spitzhacke aus diamant eine reicht jetzt erstmal die werkbank nehme ich mal mit die brauche ich hier ja nicht ok das abenteuer hätten wir erledigt ah jetzt wird es wieder hell da ist er ja hier der kollege so du magst nichts mehr ok was haben wir denn hier so ich muss jetzt hier mal licht hinsetzen das sieht irgendwie cool aus hier ok da geht es wieder nach unten und da ist so viel schatten es ist zwar auch noch nicht ganz hell aber ich will mich jetzt nicht allzu weit weg begeben wir gehen jetzt mal wieder da rüber oh skelett ja 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 so und jetzt muss ich wieder hier rüber oder das war doch hier ja auch hier da und da und da und ich glaube dass das ist nicht zu hoch das ist genau richtig so hier da wollte ich doch hin da oben haben wir noch eisen also holen wir uns das eisen da oben moment ich muss gucken wo ich hin muss bauen wir uns doch mal einfach hier hoch mit all dieser erde die wir da haben so da sind wir ja schon wie viel eisen haben wir jetzt hier fast zwei paletten voll eisenerz aber paletten ich muss ja nicht immer paletten sagen eisenerz was sind das eine lore voll das wäre vielleicht passend ok dann haben wir das auch erschöpft hier davor und da ist gold und noch mehr eisenerz so ich wollte eigentlich noch ein anderes thema besprechen da fällt mir gerade ein ähm ja ich kann mich aber hier gar nicht so gut konzentrieren wenn ich hier abbauen muss und ihm mal rumspringen muss und aufpassen dass ich dass ich nicht runterfalle hier da ist lapislazuli schön ähm ne wo war das denn nehmen wir doch einfach mal das hier ok ok noch so weit wollte ich auch nicht runter aber egal ne ich glaube ich kann das thema jetzt nicht anschlagen das ist mir zu kompliziert auf rückweg vielleicht nach hause oder so aber ja also ich glaube das reicht jetzt auch jetzt haben wir hier noch ein bisschen rohstoffe und dann äh ist es auch mal wieder genug ich will ja wieder zurück aber die diamanten kann ich natürlich nicht da lassen ich glaube das ist so ein doppellager von diamanten denn das sind ziemlich viele die hat nur immer her damit und cola haben wir auch noch sehr schön mhm da ist noch mehr haha gut so wie viele diamanten haben wir? 28 ja Diamanten sehr schön ähm falsche taste ich weiß jetzt gerade nicht wie viele wir oben haben aber es ist eine menge und ähm ich glaube das reicht jetzt auch erstmal wieder und wenn sie uns irgendwann mal wieder ausgehen dann holen wir uns wieder welche kommen hierher und graben die ganze welt um wenn es sein muss ja mit der kohle das äh das muss jetzt nicht sein und zuerst habe ich auch noch genug aber wenn ich jetzt schon heruntergesprungen bin dann will ich das auch ausnutzen ich habe so viel gerümpel und ich habe eine Kartoffel achso von einem Skelett oder so ja gut also ja komm mal das kann weg der Kies auch das kann weg der Knochen kann zum Mehl verarbeitet werden gleich ja ok das lassen wir mal wegschmeißen kann man das immer noch so jetzt geht es wieder nach oben auf diese eine Plattform da ich müsste nur hinkommen irgendwie so ich muss mich erst wieder orientieren wo muss denn wo muss ich denn hin ach ja genau das ist diese Plattform ähm und da ist noch ein Eisenerz auch gut zwei sogar mindestens ich glaube aber bei diesen zwei bleibt es ja sieht so aus aber das ist ja auch gut ok dann würde ich sagen oh da ist auch was wo muss ich denn überhaupt hin ich glaube hier in diese Ecke da muss ich hoch Mensch bin ich da weit gesprungen ja habe ich denn überhaupt genug Erde mit ähm naja das sieht nicht so aus da muss ich jetzt noch mal ordentlich Erde schaufeln um wieder überhaupt hoch zu kommen tja das sollte ich auch mal machen oh da da ist noch Lapislazuli ja den kann ich natürlich da jetzt nicht lassen habe ich den vorhin übersehen oder wie ja offensichtlich oder ich habe nicht daran gedacht den abzubauen hab das Eisen abgebaut und den Lapislazuli liegen lassen so so noch noch ein Stück was soll ich denn mit all dem Lapislazuli machen ich kann ihn ja nur zum zaubern verwenden und da braucht man nicht so viel und ansonsten ähm zum färben ja gut aber ich will mir jetzt nicht beschweren ich brauche jetzt Erde wo kriege ich Erde her da ist Erde oder hier weiter oben ja das wird immer schwieriger wir werden sehen ich baue mich jetzt einfach mal nach oben hier soweit wie ich komme mal eben in die Runde blicken wo muss ich denn hin eigentlich also irgendwie doch da ich versuche es mal da hin zu kommen ja mit genügend Erde sollte das kein Problem sein ähm Erde da ist Erde ich muss Erde abbauen dann machen wir das mal oh da habe ich ja auch schon Erde Moment mal und Diamanten sehe ich gerade ähm da eine Fackel hin und da nochmal eine hin ja dann nehmen wir doch erstmal diese Diamanten mit boah das lohnt sich aber auch hier richtig dickes Lager wieder gefunden okay diese hier und noch diese da und die zwei ähm ach so ja genau Erde los anfangen Erde buddeln wir buddeln uns mal ein bisschen nach da hinten um zu sehen was da so ist ähm da geht es wieder steil nach unten okay ja jetzt muss ich diese Erde abbauen ja ich brauche Erde ich muss mich da wieder hoch buddeln das war Teil des Abenteuers und deswegen brauche ich mich jetzt nicht zu beschweren so wir können das ja auf mehrere Stationen machen so ja ne 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 nicht runterfallen auf keinen Fall so wie viel haben wir dann jetzt äh 64 und 27 da kommt man schon ein Stück hoch nein ich werde mich nicht mit dem Eisenerz hochbauen auf gar keinen Fall ähm wo muss ich jetzt hin nach da vorne ja hier zu bleiben bringt gar nichts weil ich ja hier zwar hoch komme aber nicht ganz hoch äh ok ok ich muss mich also irgendwie erstmal da rüber bauen ach genau ich erinnere mich an diese an diese Seerosenblätter oh Gold ja immer nur her damit so so immer da noch was das hier und das war's ok gut mhm ja ich muss da rüber jetzt irgendwie doch ich meine ja ja doch ich bin da runter gesprungen ja doch also wir sind hier schon richtig da ich würde sagen erstmal nach da drüben gelangen und dann geht's da schon irgendwie hoch ok also wir sollten genügend Erde haben um uns da rüber zu bauen nur das wird jetzt und ja das wird jetzt heiter puh aber unter mir ist Wasser noch geht das ähm weiter weiter ähm ja nur nicht die 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 Taste loslassen so da hin ja da kann ich doch überspringen so ok das hätten wir geschafft diese Nadelfelsen sind auch so faszinierend gut aber dafür habe ich jetzt irgendwie nicht so ein richtiges Gespür ähm ja hier ja doch ich kann mich jetzt einfach schon hier hoch bauen wenn ich genügend Erde hätte ja ich geh das Risiko mal ein das ist ja ja so viel ist das doch auch nicht so ähm los einfach mal hoch bauen irgendwo wenn ich oben anstoße dann muss ich mich eben wieder durchbuddeln ansonsten reicht mir das jetzt an Eisen und Diamanten und so weiter ok ich bin da irgendwo angestoßen oh das war nur ein Block ah ok ja jetzt sind wir schon wieder ein gutes Stück weiter oben aber reicht das ne noch nicht ganz dann machen wir noch ein bisschen weiter und gleich sind wir oben ähm ja so sind wir aber auch richtig